Musik Alter Alter, elf Lebeniences mir ich glaube schon Bogen lohnt sich weiß ich nicht ich hab Pfeile oh ich hab zwölf Leben ok ganz knapp mit zwölf Leben oh Gott da kommen jetzt zwei Umbrella, willst du mich verarschen? ok ich bau weiter Steine ab tschüss ah du hast ich hab ein Kupfer Nahkampfschwert und du wahrscheinlich ein so weit weg keine Ahnung wie das heißt ich hab schwungsschwert heißt es glaube oder irgendwie so schwungsschwert oder wie heißt denn das? ich hab das Goldschwert äh ne ist Holzschwert ich hab ein Kupfer Kupfer wie heißt das? Kupferschwert schäbig Kupferschwert ich hab ein ganz normales Kupferschwert machen wir jetzt mal ein Holzschwert Holzschwert 7 Nahkampfschaden besser wie ein Kupferschwert echt? ja auch unlogisch und hat wahrscheinlich nicht so viel Haltbarkeit also ja jetzt gehe ich richtig ab hier ja komm lass mich hier raus ich weiß echt nicht wie ich da abbauen soll ich weiß echt nicht wie ich da abbauen soll ich weiß echt nicht wie ich da abbauen soll ich will die Nacht hier nicht verbringen ich will die Nacht hier nicht verbringen was bringt ein Hammer? weiß ich nicht so ich einfach mal so jetzt hab ich einen Hammer Alter ich muss da rein nein 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 ich bin nicht da rein gekommen ich bin nicht da rein gekommen wo bist du? ich war ganz links du wurdest getötet ja und jetzt? wo bist du? ah du bist ein starkes Bound-Clam-Hose hm ah ah probier mal deine Sachen zu holen ja ich komm mit ah hier ist ein angehitterter Umbrella-Style ja Alter ich war nicht weit weg nicht weit? ne ah hier ist so hell da warte warte nicht reingehen ja ja glaubste zu spät warte ok ich hab mein Schwert wenigstens wieder warte ich probier mal die Sachen raus zu werfen hey was hab ich für ein Schwert? warum hab ich jetzt so so kein Schwung Schwert mehr? ja ich hab äh Steine hingeworfen wo wo? oh 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 ich werd wo denn? das liegt da das liegt da ah ich hab so da eingesammelt hier wie wirfst du? eine Holzwende warte wie wirfst du? wie ist denn die normale Einstellung? werfen mit ich mach das Inventor auf nimm den Stack und werfen dann mit Rechtsklick raus ah ok was fehlt dir noch? ne Eisen-Axt? ne ich hatte gar keine Eisensachen ne ich hab ne Eisen-Axt im Inventar ne ich hab ne Eisen-Axt im Inventar ich hab auch ne ich hab jetzt auch plötzlich ne Eisen-Axt im Inventar lol ah die droppen wahrscheinlich die Umbrella ist da von hinten ja ich lauf jetzt at home ich hab nen Hammer gemacht ich weiß zwar nicht was der bringt aber egal oh 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 ich bin schon wieder tot gleich warte was machst du ey? ich hab noch 4 Leben was machst du? bist du so doof oder so? oh man ach ach die Kupfersachen die hab ich am Anfang immer auch wenn ich sterbe hallo hallo kann sein ach ich hab grad gedacht du wärst ein Monster ne ne glaub ich weiß jetzt wie man die Wände abbaut wie? wie? mit dem Hammer echt? oder? ja bleib fisch bannu höllol also bei mir schau wieder einer der soll sich mal pissen hier fuck jetzt hab ich ja ich hoffe du hast alles das bauen ist hier echt richtig scheiße warum? weil weil halt so ich muss heim so jetzt hab ich das mal schön gemacht hier alles jonas mach die türe gleich auf lol der ist plötzlich vor mir ja ich kämpf grad mit dem slime ja du hast türe auf du hast türe auf sehr gut und ich mach sie zu nein nein fick dich mach zu 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 mal voll was was leben ich nicht ich nicht weißt wie man die Kiste baut ne test dich jetzt ich hab jetzt 600 holzer oder so ne die hast du von mir oder hier auch nochmal aber geht immer noch nicht wat vielleicht auch schon tisch oder so bauen ach so könnte sein oder aus es holt ne klappe holzklappe die baue ich mal ich hab jetzt eine holzklappe okay jetzt die mal hier in keller du hast doch irgendwas von klappen gesagt das sind die ja dann da kannst du hoch springen da kannst du nämlich senkrecht nach unten bauen so wie soll die mal ab bitte wie ah ich hab's jetzt bitte hier mein stein so so was hab ich da noch ein was kann ich bauen ah ok cool ich kann nichts bauen hab ich kein holzer du hast ja nicht mein ganzes holz ja habe ich warte so wie baut man jetzt so eine schwule Kiste ja frage mich ich guck mal nach Terraria crafting Rezepten oder so so oder ich guck kurz was ja mach du ja mach du so kommschau hab ich wow was ist das für ein whatever ich guck mal wieder alter es zieht so richtig viel das viech des rote das war grad extrem ja ich hab richtig schnell 50 leben runter gekriegt und truhe hat ein truhe ist so ein truhe der rabia wiki ich kann ich kann keine manche da draußen wirklich platziert und gratis warst du mal glaubst du hast doch ein hammer und baum mal die wand ab oder welche wand die hier und hier die eine halt die andere ich bräuchte holz wieder wenn es geht ja geht schlecht wort die hälfte keine ahnung fragen die stecks nicht halbieren das problem